Musik Ofen Kartoffeln mit Avocado und Broccoli Zehn kleine Kartoffeln Abonnieren nicht vergessen Eine Knoblauchzehe Etwas Salz Rosmarin und Thymian Abonnieren nicht vergessen Salz und Pfeffer Leicht einfetten 15 Minuten 180 Grad Ober-Unterhitze 1.5 1.5 Kumpel 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 Bissfest garen Salz und Teppern 1.5 Avocado 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 Türen 6.5 5.5 5.5 6.5 5.5 6.5 Okay. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren nicht, wenn es nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist, wenn es nicht möglich ist. Kräuter-Knoblauch-Mischung auftragen. 10-15 Minuten, 220 Grad Oberheilzeit. 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 Fertig sind eure Ofengedoppeln mit Avocado und Brokkoli. Na, lieber nicht anfassen. Ja schon eher. Vielen Dank fürs Zusehen.